Das Hotel Xane Park liegt in Loret de Mar in Costa Brava. Die meisten Gäste des Hotel Xane Park würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 78%. 47 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,1 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,2 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,1 von 6 Sonnen. Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4 von 6 Sonnen als gut bewertet. Hotel Allgemein Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 3,9 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 3,8 von 6 Sonnen wert. Service Der Service des Hotels ist akzeptabel und wird mit 3,6 von 6 Sonnen bewertet. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.